Vorne. So, wir wollen jetzt mal schauen, weil einige von diesen jungen Damen sind schon relativ lange heute hier. Und wir wollen natürlich wissen, du flehst mich an, aber du weißt ja noch gar nicht, was ich will. Hallo, wer bist du? Hallo, mein Name ist Miriam. Hallo, Frau. Ja. Alles super. Seit wann bist du hier? Wir sind hier seit ungefähr 12 Uhr. Seit 12 Uhr? Und warum?